Brandstiftung sei ein ernstes Warnzeichen, hat er gesagt, vor allem bei Schulversagern. Schulversager! Meine Tochter! Ja, wenigstens war der Lehrer noch kooperativ. Sie darf die Nachprüfung machen. Und wenn wir den Schaden bezahlen, dann gibt's doch kein weiteres Verfahren. Was für echten Unfall! Setz dich hin! Im Kongress können wir auf jeden Fall nicht kurzfristig absagen. Immerhin bist du die Hauptredner. Aber das Ferienlager scheint mir auch nicht der richtige Ort zu sein, um mit Ruhe und Disziplin für die Nachprüfung zu lernen. Aber ihr habt mir versprochen, dass ich dahin darf! Du hast hier überhaupt nicht mehr mitzureden! Was machen wir denn jetzt? Ich wüsste da jemanden. Was? Nein! Auf gar keinen Fall!